Heute machen wir Stiegenlauf. Ich habe da einen Platz gefunden mit einem Haufen Stiegen. Wir fangen einmal an mit einem Schritt pro Stiege, dann machen wir zwei Schritte pro Stiege und dann machen wir drei Schritte pro Stiege. Beim runterlaufen tun wir ganz locker auslaufen und beim rauflaufen geben wir dann Gas. Hände bewegen wir mit und locker um. Zwei Schritte pro Stiege. Und drei Schritte pro Stiege. Jetzt machen wir Sprungfolgen. Jetzt springen wir auf jede Stiege einmal, beim zweiten Durchgang lassen wir immer eine Stiege aus. Hände sind wieder dabei. Und immer mit beiden Beinen gleichzeitig weg springen, dass das nicht so ausschaut. Eine Stiege auslassen. Und Pause. Nach der kurzen Pause machen wir das jetzt seitlich. Das heißt, ich werde es übersteigen. Eins, zwei, eins, zwei. Okay? Erste Hälfte blickt nach da. Zweite Hälfte blickt nach da. Und locker runter. Jetzt machen wir zwei Berührungen pro Stiege. Eins, zwei, eins, zwei. Eins, zwei. Und andere Richtung. Wenn ihr einen Fehler macht, nochmal probieren. Ich diese Fähne ist wieder рублей drauf. Ich kive die Flache. Dann lasst die Twitter Pro. Wir haben S Конечно. Jetzt sind wir heute hier die Flache. Wir sehen uns sehr. Wir sehen uns sehr, die Flache. Und das sind sehr, die Flache ist aber, die Flache. Wenn die Flache verändert. Wir sehen uns gleich wieder auf. Wir sehen uns sehr gut. Wir sehen uns. Wir sehen uns sehr, die Flache. Untertitelung des ZDF, 2020